Schindler UV Clean Air ist ein Luftreinigungssystem, das die Luft in der Aufzugskabine mit Hilfe der UVC-Lichttechnologie frisch und hygienisch hält. Es ist hochwirksam gegen Viren, Bakterien und andere pathogene Mikroorganismen. Das System wird automatisch und zu unterschiedlichen Zeiten aktiviert, um den ganzen Tag über für saubere Luft zu sorgen. Der Reinigungsprozess ist in wenigen Minuten abgeschlossen. Schindler Clean Mobility Lösungen stellen Hygiene und Sicherheit in den Mittelpunkt der Innovation, um den Passagieren zu helfen, sich auf eine sich verändernde urbane Welt einzustellen.